Genau diese, wenn wir es Debrief nennen oder Retrospektive, wie auch immer, auf die einzelne Person quasi runterbrechen und das ist ja auch wieder eine Maßnahme oder ein Werkzeug, über das wir ganz, ganz viel schon gesprochen haben, ist einfach nur ein gewisses Journaling und das kann aber auch ein, ich glaube am Anfang haben wir das mal so als Dankbarkeitstagebuch benannt, wo man quasi drei Sätze aufschreibt am Ende des Arbeitstages. Und das kann man natürlich unterschiedlich formulieren, ob man sagt, zwei Dinge, die mir heute gut gelungen sind und eine Sache, die ich morgen anders machen möchte oder verbessern möchte oder wie auch immer. Und ich finde, das ist so eine sehr niedrigschwellige Geschichte, die ich tatsächlich für mich selbst als neue und junge Führungskraft vielleicht sofort beginnen kann zu machen. Weil ja einfach die ganze Rolle etwas ist, wo vielleicht Herausforderungen kommen, die man ja vorher noch nicht hatte, man möchte, wie wir immer sagen, gleich die Welt verändern gerne und man möchte gleich die beste Führungskraft werden, obwohl man jetzt jetzt in die Position gekommen ist. Also man setzt sich da irgendwie selber ein bisschen zu viel Druck und das kann man ja perfekt auch auf sich selbst beziehen und sagen, nach einem Arbeitstag sich hinzusetzen und eben diese fünf bis zehn Minuten sich hinzusetzen und zu denken, hat meine Kommunikation heute gut funktioniert? Wie ist Feedback bei mir angekommen? Konnte ich Feedback geben? Haben die Arbeitsprozesse, wie du es schon gesagt hast, meinem Gefühl nach, hat das jetzt so gepasst und kann ich da vielleicht morgen an den Dingen was ändern? Und das Schöne ist, das hilft halt genau bei den Dingen, die du jetzt erwähnt hast, dass ich rauskomme vielleicht aus dem Kopf am Anfang und mal zehn Minuten einfach nur aufschreibe, wie ich mich gefühlt habe nach dem Arbeitstag. Also es muss ja tatsächlich keine Analyse sein mit, ja und bei der ersten Besprechung haben wir über die Bullet Points gesprochen und das war wichtig und dann war dort aber die Körpersprache ein bisschen anders von einem Teammitglied und dann haben wir so analysiert, ist alles gar nicht notwendig, sondern der Start ist tatsächlich, wie du gesagt hast, wie habe ich mich heute gefühlt? Wie habe ich mich heute in der Besprechung gefühlt? Wie habe ich mich bei meinem Arbeiten gefühlt? Wie habe ich mich in meiner Kommunikation gefühlt? Perfekt und damit kann ich schon beginnen quasi zu arbeiten.